Martin Hinteregger haut mal wieder einen raus. Der 29-Jährige, der seine Profikarriere im Sommer überraschend beendet hat, packt in der Sportbild über das Leben als Fußballer aus. Wenn ich nicht morgen pleite bin, dann komme ich nicht zurück. Ich habe nur noch die Leute um mich herum, die ich mag. Vorher hatte ich mit 100.000 falschen Leuten zu tun. Er sei fremdbestimmt gewesen und dürfe nun ein freies Leben führen. Also kein Comeback für Hinteregger. Der sieht seinen Ex-Klub Frankfurt aber auch so gut aufgestellt. Ich habe schon vor zwei Jahren zum damaligen Trainer Adi Hütter gesagt, der nächste Meister, der nicht Bayern heißt, wird die Eintracht. Eine klassische Hinti-Ansage. Stimmt ihr zu?